Leute, ich bin's wieder, GYJT, Jelven, Young James Thomas und heute zeichne und male ich in Graffiti-Style, Schriftnamen, Superhelden, also los geht's. Okay, das war's mit dem Video, ich hoffe, euch das Video gefallen hat, wenn ihr euch gefallen habt, dann gebt mir mein Name noch um, bitte an meinen Kanal, Likes, ich bin GYJT, Jelven, Young James Thomas, ciao. In English.